Gold ist so teuer wie noch nie, aber die Aktien von den Goldproduzenten, die liegen immer noch am Boden. Dabei profitieren die doch am meisten davon, wenn der Goldpreis steigt. Ist das jetzt eine tolle Chance für Anleger? Woran liegt das, dass die Minenaktien noch nicht nachgezogen haben? Und gibt es die Möglichkeit, dass sie das jetzt vielleicht doch bald tun? Wie lange dauert es, bis aus 10.000 Euro passiv eine Million wird? Die Art von Werbung, die kennen Sie wahrscheinlich. Und ich würde sagen, das kommt ganz auf die Inflation an. 1923 zum Beispiel, da hätten Sie das in ein paar Tagen geschafft mit einer Schachtel Eier als Investment. Aber in normalen Zeiten dauert es ein bisschen länger. Mit US-Aktien zum Beispiel 70 Jahre, wenn Sie 1954 in den Dow Jones Index investiert hätten, dann hat der sich inzwischen verhundertfach. Der Chart hier ist von der Seite von Macro Trends, da gibt es solche schönen Langfristcharts. Und mit Gold haben Sie es auch schon fast geschafft. Bis 1971 war Gold ja an den Dollar gekoppelt oder umgekehrt. Und in den USA, der Tauschkurs war bei 35 Dollar und inzwischen sind wir aber bei über 2.100 Dollar. Es ist jetzt also mehr als 60 Mal so viel wert als damals. Ob das in Zukunft auch noch so läuft, das ist die ganz andere Frage. Und klar, Werbeversprechen im Finanzsektor, die sind jetzt nicht immer ganz so seriös. Aber dem soll jetzt ja ein Riegel vorgeschoben werden. Zum Glück, die Grünen wollen den Finanzinfluenzern jetzt die Werbung verbieten oder wollen sie zumindest stark regulieren. Und das ist natürlich hochdramatisch. Ausgerechnet die Finanzinfluenza soll es treffen, wo wir doch mit den Grünen ja eigentlich so eine Art Symbiose haben. Wir sind zu denen immer wahnsinnig nett und bei uns finden die ja medial auch noch wirklich statt. Und weil die Grünen aber schon dabei sind, da wollen sie auch gleich noch andere Influenza-Werbung auch stark einschränken. Zum Beispiel für ungesunde, zuckerhaltige Lebensmittel und auch für alle anderen bösen Sachen natürlich. Und spätestens da, da trifft es mich dann eben auch irgendwann mal. Auch ich habe hier ja schon auf dem Kanal falsche Schönheitsideale propagiert zum Beispiel. Und noch im letzten Video habe ich ja auch eine Mast Starkbier in die Kamera gehalten. Aber das Ganze kann natürlich für die Grünen jetzt auch nach hinten losgehen. Weil wenn wir hier kein Geld mehr verdienen mit unseriöser Werbung, dann können wir ja nur noch auf den Grünen rumdreschen. Das bringt ja wenigstens noch Klicks. Und ich habe hier jetzt an unseriöser Werbung erstmal nur das Kanalabo anzubieten natürlich. Es kommt aber dann nachher noch mehr, warten Sie es ab. Und wie jeder Finanz-YouTuber würde ich natürlich auch jederzeit meine Großmutter verkaufen, meine eigene. Die wird hier nächste Woche dann auch verlost unter den neuen Kanalabonnenten. Zum Kanalabo geht es hier unten. Ich weiß, das sagen fast alle Finanz-YouTuber, aber es gibt einen guten Beweis dafür, einen guten Beleg, nämlich Gold. Gold, das Krisenmetall, die letzte Rettung vor dem Untergang. Es ist auf einem neuen Rekord hoch. Nicht unbedingt ein gutes Zeichen jetzt, sondern es sagt uns eher, nie war es so schlimm wie heute. Hier der 5-Jahres-Chart in US-Dollar von TradingView. Wenn man jetzt Chart-Techniker ist, dann ist der Fall sowieso schon völlig klar. Wir haben einen Ausbruch, einen Ausbruch über einen hartnäckigen Widerstand, wo Gold ja vorher jahrelang dagegen angerannt ist. Aber auch wenn man jetzt fundamental argumentiert, könnte man ja auch sagen, wir haben Kriege in der Ukraine nach wie vor und im Gaza-Streifen. Wir haben große geopolitische Konflikte auf der Welt. Aber trotzdem, warum der Anstieg gerade jetzt? Ist es jetzt wirklich noch schlimmer als in der Covid-Pandemie, wo ja die Schulden massiv gestiegen sind, wo alles mit billigem Geld geflutet worden ist, wo die Inflation auch stark gestiegen ist natürlich? Und ist es jetzt schlimmer als am Anfang, am Ausbruch vom Ukraine-Krieg 2022, wo ja auch die Energiepreise explodiert sind, wo wir Angst gehabt haben vom Winter? Wir haben extreme Krisen hinter uns und jetzt geht die Inflation ja wieder runter und die Geldpolitik ist immer noch relativ straff. Wir haben in den USA sogar positive Realzinsen und die ganzen großen Krisen, wirtschaftlich, geopolitisch, so schlimm können die ja eigentlich auch nicht sein, weil sonst hätte man ja nicht auch neue Rekorde an den Aktienmärkten. Also warum steigt Gold genau jetzt? Ich bin auf das Thema ausführlich eingegangen in meinem letzten großen Gold-Video vor zwei Monaten. Halt mal also erstmal fest jetzt einfach, Gold ist auf Rekordhoch, es ist so teuer wie nie. Aber was ist mit den Aktien von den Minenunternehmen? Sind die jetzt auch durch die Decke gegangen? Nein, das sind sie eben nicht und das wird ja auch viel beklagt, weil die hätten ja auf den Goldpreis eigentlich den großen Gewinnhebel. Und viele Anleger sagen ja auch, damit kann ich doch von einem steigenden Goldpreis am besten profitieren. Damit kann ich viel mehr profitieren und außerdem zahlt mir meine Goldaktie dann vielleicht ja sogar auch noch eine Dividende. Und das macht der Krügerrand ja nicht. Aber gelohnt hat es sich bis jetzt eben nicht großartig mit Goldaktien. Das ist der Nice Arca Goldbugs Index, der bekannteste Minenindex. Barrick, Newmont, Agnico, Eagle, die ganzen Schwergewichte, alle sind da drin. Also große Konzerne, diversifiziert, wenig politisches Risiko. Und trotzdem, 2020 in der Corona-Krise, da ist er zwar auch hochgeschossen noch, aber seitdem geht es jetzt fast vier Jahre lang runter. Der Minensektor ist eigentlich in einem jahrelangen Bärenmarkt. Und trotz Goldrekordhoch ist er jetzt 34 Prozent unter seinem 2020er Hoch. Und das ist der 20-Jahres-Chart nach der Finanzkrise. Da gab es ja schon mal eine Gold-Rally. Und damals ist er ja auch noch so richtig mit hochgegangen. Aber von dem Absturz danach, da hat er sich nie wieder richtig erholt. Und obwohl der Goldpreis jetzt 250 Dollar über dem Hoch ist von 2011, liegt der Nice Arca Goldbugs Index jetzt 62 Prozent drunter. Ein komplettes Desaster. Und was wichtig ist, auch die Bewertungen waren früher viel höher. Die Grafik ist jetzt von der Bank of America. Ich habe sie von Bloomberg. Die Börsenwerte zum EBIT da. Seit 2008 für große Goldaktien in Dunkelblau, für Mittelgroße in Hellblau. Die Mittelgroßen, die waren zeitweise noch viel höher bewertet. Da hat man natürlich mehr Wachstum erwartet von denen. Und jetzt sind wir aber bei den Großen nur noch so beim Achtfachen vom EBIT da. Und bei den Mittelgroßen sogar nur noch so beim Fünf- bis Sechsfachen. Die Anleger interessieren sich also schlichtweg nicht mehr für den Sektor. Warum ist es so? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Anleger trauen der Gold-Rally nicht oder sie trauen den Gold-Produzenten nicht. Und vielleicht ist es ja auch eine Kombination aus beiden. Aber ich tendiere ein bisschen mehr zu Letzteren. Weil Gold abbauen oder grundsätzlich auch Rohstoffe abbauen einfach, ach, das klingt immer so toll, aber eigentlich ist es ein Scheiß-Geschäft. Vergleichen wir es mal mit anderen Geschäftsmodellen. Das ist ein Osterhase zum Beispiel. Ich habe ihn unkenntlich gemacht jetzt, sonst heißt es hier noch, ich mache hier Werbung für zuckerhaltige Lebensmittel. Das wollen wir nicht. So ein Osterhase ist eigentlich eine sichere Sache. Natürlich, man braucht eine Fabrik, ist ganz klar, und einen Vertrieb. Und es gibt in dem Geschäft auch brutale Konkurrenten, die einen ständig bedrohen und angreifen. Also es heißt auch da, fressen und gefressen werden. Aber grundsätzlich, wenn man den Osterhasen einmal entwickelt hat und das Ganze funktioniert und der kommt an, dann kann man ihn immer weiter produzieren. Ein wunderbares Geschäft. Aber die Minengesellschaft, die muss ja erst mal ein gutes Vorkommen finden. Dann muss sie da wahnsinnig reininvestieren. Und sie weiß aber nicht, wo der Goldpreis sein wird die nächsten Jahre. Und wenn dann alles gut gegangen ist, dann verdient sie natürlich schon Geld mit der Mine. Aber irgendwann ist die Mine dann auch wieder erschöpft. Und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Und man hat wieder Investitionen und man hat wieder das Risiko. Darum ist es ja auch ganz gut, wenn eine Gesellschaft relativ viele Minen hat. Aber auch das muss noch nichts heißen. Und von Explorern oder so, da müssen wir hier jetzt gar nicht reden. Die haben dann irgendwelche Liegenschaften da mit irre Gold drin. Natürlich theoretischen Wert von einer Milliarde Dollar oder so. Aber bis sie das erste Gramm Gold überhaupt erst mal aus dem Boden raus tun können, da brauchen sie schon mal 400 Millionen Dollar Kapital. Weil das sie natürlich nicht haben. Und darum werden sie dann entweder das Projekt oder die Aktien so verwässern, dass da Anleger normalerweise das Verdienen nicht mehr viel übrig bleibt. Man kann auch mit solchen Aktien Geld verdienen, wenn man sie erwischt zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo dann klar wird, okay, jetzt schaffen sie es wahrscheinlich doch. Und jetzt brauchen sie wahrscheinlich auch kein Geld mehr. Aber dafür muss man das Unternehmen dann natürlich sehr, sehr gut kennen und sehr gut beobachten. In der Regel verliert man Geld mit solchen Aktien als Privatanleger. Und bei den größeren Minenaktien, da hat man dasselbe Risiko, aber im Prinzip auch, man weiß auch nie so ganz genau, funktioniert das alles so, wie sie das vorhaben und spielt dann am Ende auch der Goldpreis mit die nächsten Jahre. Hier nochmal Gold, diesmal die letzten 20 Jahre. Nach der Finanzkrise, wie gesagt, da war ja die letzte große Goldrallye und da war auch wirklich Euphorie damals, auch bei den Minengesellschaften. Aber von 2011 bis 2015, da ist Gold dann eben erst mal um 45 Prozent eingebrochen und dann hat man gemerkt, die ganzen Projekte, die die da hochgezogen haben, viel von dem hat sich einfach nicht mehr gerechnet. Und da standen sie dann da mit einem Berg von Schulden und haben sich erst mal jahrelang auch restrukturieren müssen, mühsam. Das ist die Aktie von Barrick Gold, das ist ein Paradebeispiel, der 20-Jahres-Chart in Dollar. 2010, 2011 war sie zeitweise bei über 50 Dollar, heute ist sie bei 16 Dollar. Und das ist mit Sicherheit nicht das schlechteste von den großen Goldkonzernen. Aber vor zehn Jahren haben sie 6,3 Millionen Unzen produziert zu Gesamtkosten von 864 Dollar pro Unze. Und letztes Jahr haben sie aber eben nur noch 4 Millionen Unzen produziert zu 1.335 Dollar die Unze. Und 2011 auf dem Höhepunkt von der Euphorie, da war der Gewinn pro Aktie noch bei 4,49 Dollar und damit war sie eben bewertet damals mit einem KGV von 11. Und jetzt ist aber der Gewinn nur noch bei 72 Cent pro Aktie und das KGV dementsprechend bei 22. Das ist die andere Seite von dem Ganzen. Es ist ein zyklischer Sektor. Die Goldkonzerne haben Werte vernichtet und die Anleger haben ihre Lektion gelernt. Man muss aber eben auch sagen, auch die Unternehmen haben ihre Lektion gelernt, im Großen und Ganzen. Jetzt vielleicht nicht alle, Newmont zum Beispiel, die haben die letzten Jahre zwei riesige Übernahmen gemacht, Goldcorp und Newcrest. Und vor allem bei Newcrest letztes Jahr, da haben sich viele gefragt, sind die irre? Wie können die 17,8 Milliarden Dollar ausgeben für sowas? Wenn der Goldpreis steigt in den nächsten Jahren, dann wird man in fünf Jahren natürlich sagen, wie genial war das denn? Aber wenn es nicht so kommt, dann wird es möglicherweise schon ein bisschen ungemütlich für die. Aber im Großen und Ganzen, die Goldkonzerne insgesamt, sie sind vorsichtiger geworden als im letzten Boom. Sodass ich sagen würde, das Risiko ist diesmal nicht ganz so hoch, wie es damals war. Und sie sind ja zum aktuellen Goldpreis auch günstig bewertet. Und wenn Gold auf dem Niveau bleibt, wie es jetzt ist, oder wenn es sogar noch weiter steigen sollte, und die Anleger sehen dann auch, dass es halbwegs nachhaltig ist mit dem Goldpreis, dann bin ich mal ziemlich sicher, dass die Goldaktien tatsächlich nachziehen werden. Das heißt, wenn das ihr Szenario ist, ich betone natürlich wenn, dann ist das was, Goldaktien, über das sie sich schon Gedanken machen könnten. Man macht es dann wahrscheinlich mit einem ETF, zum Beispiel auf dem Nice Arca Gold Bucks Index, oder auch mit dem Vanek Gold Miners ETF, also mit Schwergewichten. Ich muss aber auch betonen, sowas ist eben trotzdem eine Investition in Aktien, und sowas erfüllt nicht die gleiche Funktion, wie sie Gold erfüllt im Portfolio natürlich. Man kann es aber auch ganz anders machen. Ich persönlich finde kleinere oder mittelgroße Goldproduzenten ja eigentlich interessanter, weil da passiert natürlich mehr. Aber da geht es natürlich auch wirklich nicht nur um den Goldpreis, sondern da geht es auch darum, wie stehen die einzelnen Unternehmen konkret auch da. Ja, und dazu kriegen sie morgen eine Hauspost von mir, mit vier Goldaktien, wo ich persönlich jetzt sagen würde, von der Bewertung her, von den Produktionskosten her, und von dem, wie es bis jetzt gelaufen ist, und was sie noch vorhaben, da sind die jetzt interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht den Überblick über den kompletten Goldsektor natürlich, aber ich schaue mir da schon das eine oder andere an, und das sind eben Aktien, die ich auch gut finde, und die ich auch ganz gut kenne. Morgen geht die Hauspost raus, das heißt, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie sich jetzt dafür ein auf www.heinrichs-hauspost.de und dadurch, dass das Ganze für Sie selbstverständlich gratis ist, ist es ja auch noch ziemlich seriös. Trauen dürfen Sie hier keinem, das ist völlig klar. Nur 6% der Finfluencer wissen, was sie tun, schreibt NTV. Wie auch immer die Zahl zustande kommt, weil in dem Artikel steht es nämlich nicht, woher Sie die genommen haben. Aber man kann es eben nicht oft genug sagen hier auch, es geht hier einfach immer nur um Informationen für Sie und um Anregungen. Endgültige Wahrheiten gibt es hier nicht auf YouTube und die kann es auch gar nicht geben bei dem Thema. Und die seriösen Finanzinfluencer, die erkennen Sie immer noch daran, dass die gar nicht erst behaupten, dass sie wüssten, was sie tun. Aber wie auch immer, ich freue mich natürlich auf Ihr Kanal. Dabei bitte hier auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie meine Videos auch in Zukunft angezeigt. Und abgesehen davon, Sie können diesen Osterhasen auch direkt bestellen über den Link hier unter dem Video. Versand kostenfrei. Vielleicht kommen Sie dann aber doch wieder auf die Seite mit der Hauspost von morgen, mit den vier Goldminenaktien, weil ganz so seriös sind wir hier dann auch nicht. Und was Sie aber über den Hasen außerdem auch noch wissen sollten, er ist genauso wie viele Minenaktien und manchmal auch die Berichterstattung über die Minenaktien. Außen ist Gold, innen ist er hohl. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank.